hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play dungeon defenders mit lox sota und schmier heute das diener quartier auf geht's ich mag das level nicht das erste mal mit zwei kristallen stimmt weiß ich noch wo die kisten sind hier wieder oben es gibt wir alle oben wenn ich unten ich weiß gar nicht wo oben oder unten ist also ob ich halt hier ist und hier ist ein gang hier ist auch eine kiste das weiß ich auch noch genau ich mache den gedicht oben kann ich stehen bleiben beziehungsweise hier ist natürlich auch kritik und hier kommt später mag ja das weiß ich auch die bleiben wir gerne hängen nach ja genau weiß habe ich gerade sämtliches mann verbraten kommst du zu mir weil ich habe jetzt habe ich noch mehr geile scheiße dann mache ich zuerst da oben fertig weil unten das kommen wir leicht zu verteidigen so das habe ich jetzt immer aufgesetzt wer bleibt hier wartet du bleibst hier ich gehe nämlich nach oben weil das auch noch ein freies platzieren wegen fünf goblins soll ich hier bleiben das sind dein ernst dann geh halt komm hierher drei orks vier goblins entspricht das mehr deiner kragenweite kommen eigentlich eher von von dort genau da ist nämlich auch noch ein durchgang wo vier durchkommen ja dann habe ich halt die fünf goblins wenn sie dir zu schwer sind ja unglaublich er kann sich erwarten dass sota ganz alleine gegen die viecher kämpft es geht nun wirklich nicht ja die arme kleine ich kann das nicht wahrscheinlich gerade die orks so mit zwei schlägen besiegt ich kann das ihr müsst mir helfen bei mir kommen welche durch weil ich nur einen turm habe fuck warte 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 scheiße komm gleich links 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 oder links den rest habe ich gerade so bloß da ist ein goblin abgehauen warte dann muss ich hier eine blockade hin machen ne ich habe eine bessere blockade die haut rein ich habe eine bessere blockade ja hallo darf ich auch mal was tun bitte danke dann stell mir hier auch eine hin du hast voll die blockade da oben mal die kiste was los ja immer mit der ruhe ich weiß nicht ob die da so schlau war naja egal wieso und hier noch eine äh wieso da noch eine lass doch zu hier äh warum da hinten weil sie dann hier in der mitte durchgehen machst du doch da oben hin hier ja dankeschön ähm so was kann ich jetzt ah ja ich kann endlich mal blitztun okay ich glaube ich wäre dann soweit so da kommen sie jetzt gar nicht mehr durch tja tja hier kommen eigentlich nirgendwo mehr so wirklich durch weil überall stehen jetzt meine Auren und falls einer blitzresistent ist oder länger durchhält Blockade aus besonderem Holz genau so wie es auch die Folge ich habe es gesehen ja das musste ich doch direkt nehmen so und auch ein neues Schwert also dieses Schwert ist ja mal so was von übel echt übel das geht gar nicht ja eigentlich ist es mir jetzt gerade wurscht was aber das ist schön schnell so ich werte mal auf achso ob wir eine Einheiten haben wir eh eh keine mehr bis das geht schnell stimmt wir sind voll wir sind so voll warte wenn das was so die Blockade steht dann wird hier aufgewertet ja genau das mache ich eigentlich auch nur noch jetzt sollte er eigentlich überall zu sein außer unten außer unten mhm die Kiste von da hinten hast du schon achso ja öhm oben die Kiste ist noch da oben mit der ja ich hänge hoi hab ich ein grünes Item hier auf der Karte? nö nö ah halt 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 was denn ich wollte noch kurz mein Schwert aufwerten ich brauch ein ich brauch da einfach ein neues Sekunden ach wenn so da drin ist kann ich mein Pad aufwerten das müsste eigentlich schon stufen stufenaufstieg ne ich verbrat ja nichts das macht sie dann selber außerdem Wirkungsbereich für Aura kann ich trotzdem machen dann habe ich größere Augen bei dir da komplett aufgewertet schon? ja also auf 1 halt mehr machen hab ich noch nicht und da auch? ne dann auch nicht oder wo höpfe ich denn hin? da will ich hin boah eigentlich so jetzt auch eigentlich können wir so ein bisschen chillen die Abwehr müsste das eigentlich komplett selber grad hinkriegen theoretisch ja es gibt aber keine EP natürlich klar ja für euch super wenn meine Türme wieder ganz hinten stehen das kann ich dafür? wenn deine Türme ist weit hinten hinbaust vielleicht war das neue Schwert doch nicht so ne gute Idee naja au da 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 soo huch ich muss weg ich denke bei uns wird es erstmal wieder richtig spannend wenn wir das erste Mal ähm fail fail genau also sprich wenn wir das erste Mal Nightmare spielen wollen ja ja oder der Gipfel der Gipfel könnte auch noch besser sein wenn wir vorher schon ein bisschen aufleveln dann wird das nix warum wir leveln doch noch ein bisschen ja ein bisschen aber ich bezweifle dass das wirklich reicht doch ich bin der Meinung wir haben beim ersten Mal auch hart gefehlt nein doch nicht ja aber aber auch nur weil wir nicht wussten äh wie na sagt schon wie man das tut wie die Mechanik funktioniert mit dem Drachen hm ich wusste das doch schon ja eigentlich genau und ich habe dann den Drachen besiegt meiner Sache oh die Blockade sieht nicht gut aus stufl wirfstück so was machen wir denn schönes äh machen wir mal die Stärke der Aura hoch vielleicht geschwindigkeit der eurer welt nicht schlecht karten hat mich überholt erzuren aura freigeschaltet wie wichtig überholt na ja sonst bin ich als erstes immer aufgestiegen tja du lässt nach madame ja ich will schon quark mit soße moment das ist auch ein stufenaufstieg oder nein 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 das nicht aber ja ich muss mein anderes schwert doch wieder nehmen weil das ist doch ein bisschen das ist zwar schnell der scheiße hast du gerade irgendwas auf deine heilung doch eine kiste wo ist ne ich weiß aber warum drücke ich mal tab unten unten und meint da oben wollte sagen oben nicht unten ich gehe von der karte aus welche karte welche kiste seine feste ja 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 doch alter wie war es immer dieser stress drück schneller do it now erst mal schnell schnell aufnehmen aufnehmen und so und dann dauert es erstmal stufenaufstieg verfügbar da wird schon der voll mal aufgewertet was du musst sagen wenn du hilfe brauchst ich bin ganz in der nähe und so nur trenne ich auch über die halbe mit nach oben nein schmarrn nach rechts äh ich gehe immer von der karte aus ja wow explosionsfiecher da sollte ich mal kurz gucken ob hier alles in ordnung ist nein ich reparieren warte mal schnell auf ich muss doch erst mal ja von unten kam heute einer sonst sehe ich da liegt was grünes aber ich nehme mal an das ist gleich nicht mehr da doch grünes verschwinden nicht nein nein das meine ich nicht wenn es ein russi teil ist dann gerade gucken war das ist eine panzerweste ne dann doch nicht die ist nicht gut äh so ist hier irgendwo stress hilfe hoch bekommen ja der noch wo ist der let ach so da oben schätze das ist jetzt fertig werter auf doch nicht last wave schon echt es geht alles um schnell das wollte ich nicht so der stieg auch drehkling blockade aber jetzt nicht stimmt level 15 kriegt man den letzten turm also letztes dingens stimmt lox sein tödlicher angriffsturm der so langsam ist nein der war gar nicht langsam jetzt wird er langsam sein jetzt wird er wieder langsam sein er soll er noch mal für mich wie viel warst du ich habe 68 was willst du aufgewertet haben den angriffsturm hier ach so den magischen ja dass der schon schießt bevor die überhaupt an der blockade sind womit ich brauche ich bräuchte 400 mana du hält was stimmt so wird es immer noch nicht das braucht noch vier level das ist ja hier pro level 20 mana okay macht das nicht irgendwann einen großen sprung ne eigentlich ist konstant immer 20 soweit ich weiß oh die komplette sind schon stufe 2 ja das rote uah verdammt ich habe hier ein skelett ich habe hier ein magier ich habe auch ein magier da gerade bei dem zweiten sogar kampf der magier au 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 nein ach stimmt moment den magier da unten muss ich vielleicht noch töten muss magier töten aua los gibt mir all euer mana naja jetzt ich will zu dem magier hin jetzt lass mich mal hier durch uah explosionsviech explosionsviech muss ich weg muss ich weg muss ich weg ja und dann gehe ich mal kurz unten schauen ist da noch einer das sind ja noch drei jetzt lass mich mal hier durch ich will endlich meine mana bombe haben nein doch den könnte ich hier so richtig schön einsetzen ja so da unten sind magier hier oben ist es warte mal ich warte mal ich hole erstmal die nach drüben und dann schnapp ich mir den anderen ich tanze hier über deren köpfe aber muss mich heilen aua alter ich muss mich heilen so da wo bist du denn eigentlich nein 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 jetzt unten ich räume hier mal auf oh gott meine waffe ist so langsam hilf im buch wo sich rote kompens und sind noch in diesem feld drin genau warte ich mach mal die turmverstärkung an ich muss mich heilen ich muss mich heilen ich muss mich heilen lox ist bei dir alles klar das sind so viele lox wurde bei dir ist alles tot die lox stirbt okay alles ist klar da kamen gerade acht pfeile auf einmal hier musst du ausweichen ja die könntest du ab und zu mal reparieren jetzt ist es ist auch schon wurschtest im freien gegner da stimmt war ja schon die letzte das wäre mal eine verschwendung richtig stufenaufstieg verfügbar hier hat es geleuchtet level 7 oh neue waffe die ist scheiße na jetzt stufenaufstieg stufenaufstieg bisschen mehr bisschen mehr von dem hier was liegt da hinten bestimmt ich könnte sich auch ein bisschen mal erhöhen so jetzt die maske oh das wäre verdammt das wäre was für mich wollte ich sagen mein helm war eh für'n arsch aber ich hab' kette ich hab' jetzt auch kette unten leuchtet auch noch was hast du auch ne kette ich hab' auch kette ja ein stäbchen hm ui ne lass mal das was ich jetzt hab' dann dann will ich doch nicht kette in dem falle gibst du kette ich hab' kann zu haben doch nicht doch nicht hauptsächlich poliert dann zeig ich mal statistik und wertvollster spieler it's me nein ein kill für die 700 nein hä äh 699 kills ach ne ich bräuchte lederstiefel das war's damit ich komplett leder habe liegt hier noch irgendwas aus leder karten immer mit seinen leder kapuze 26 magier hatten wir echt angeblich oder zählen da die skelette auch mit ne skelette sind einzeln richtig ach da ich will ich brauche lederstiefel ich brauche lederstiefel manu warum liegen hier jetzt keine lederstiefel immer das gleiche problem frauen und schuhe ja damit ich meine boni endlich bekomme man warte mal halt nicht hab ich lederstiefel für dich nö gedrungen nö das sind keine stiefel nö hab keine schuhe für dich keine schuhe für dich äh wisst schon wir haben noch 44 sekunden 43 42 41 jaja ich suche nur nach stiefeln 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 vielleicht liegen hier welche also nein also können wir hiermit das level beenden ja ja gut dann sagen wir tschüss auf wiedersehen bis zum nächsten mal tschüss tschüss